Ich glaube, dazu müssen wir erst diesen ganzen Fackelkram hier auseinander sumpfen. Geht am Friedhof was. Wolltest du nicht auf ein Event fahren? What? Jedenfalls nicht heute. Und was für ein Event. Also ich fahre auf dem Festival aber das erst in 10 Tagen. Vor allem nicht auf den Montag. Tja. Also hier geht auch irgendwie gar nichts mehr außer... Also wir müssen irgendwie mal eine Fackel an den Start kriegen. Da wurde jedes Jahr ein... Okay, ja, dann meinst du wahrscheinlich das Festival, was in 10 Tagen ist. Geht hier noch irgendwas? Da kommen wir noch nicht weiter. Gruselig, wie hier überall tote Bäume herumstehen. Ich weiß nicht, ob mir lebendige Bäume lieber wären, aber... Tja. Gut, Brücke des Schicksals. Der Turm brennt, der Turm ist von Eis bedeckt, entscheide dich mal. Nein, das sind verschiedene Türme tatsächlich. Also das eine ist halt wahrscheinlich der Turm hier rechts, sonst haben wir es der Turm hier links, weißt du? Da brauchen wir da bestimmt auch das rote und das blaue Halsband jeweils. Aber da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir müssen immer noch irgendwie diese Fackel basteln. Und ich bin immer noch... Nein, ich bin immer noch schwer dafür, dass das mit der Axt und dem... Und dem Lappen geht. Das ist auch gerade nicht, wo wir noch die Leiter brauchen. Geht da unten an dem Sockel was? Nee. Die Statue hat auf jeden Fall einen Lappen in der Hand. Ich wüsste auch noch nicht, wozu dieser silberne Teller gut ist. Mit dem Ding können wir nichts machen. Unter der Bank ist halt auch nichts. Der Statue fehlt ein Arm, aber das ist zur Abwechslung mal egal. Können wir hier... Tja... Schwierig. Okay, irgendwo übersehe ich was. Hier brauchen wir mehr Licht. Können wir sonst noch nichts mitnehmen? Hier haben wir auch schon das rote Halsband her und der Rest ist dann wirklich mit... mit der Fackel dann. So, hier geht's nun in die Halle. Da kommen wir gerade her. Oder zurück. Hier haben wir den ganzen Kram auseinander genommen. Da können wir uns noch mal den Turm angucken. Das bringt aber alles nichts. So, hier müssen wir noch zwei Wege freischalten. Dazu brauchen wir aber irgendwie diese Stein-Nupsis. Das dauert noch. Das ist okay. Hier haben wir halt auch schon super viel Stuff gemacht. Hier geht wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Das muss König Ahmet ans Schloss sein. Ja. No shit, Sherlock. Können wir nochmal irgendwo wimmeln? Speck, Jero, hat uns auch nichts mehr zu sagen. Da muss auch keine neuen Infos für uns... Achso. Die Amulette sind aber nicht eurer... Ja, okay. Ist dieser Silberteller dein Amulett? Nein. Was braucht ein Jackie eigentlich? Okay. Sagt er uns nicht. Tja. Müssen wir doch hier weitermachen. Er sagt nur, diese Symbole müssen irgendwas bedeuten. Das hilft uns aber noch nicht. Weil wenn wir uns hier halt diese Symbole angucken, ist das halt so... Ich weiß noch nicht, wozu die Sternzeichen gut sind. Weil wir da halt 100 pro erst dieses Fackel-Ding machen müssen. Wir können uns aber halt auch hier nirgendwo noch mal ein Ast pflücken für eine Fackel. Ne, das ist auch das. Vielleicht braucht Jack eine Leiter. Die sind zum Entkommen eigentlich ganz gut. Ja, aber... Der fucking Geist braucht auch keine Leiter. Kannst mir nicht erzählen. Nein. Nein. Er will ja auch von der Insel. Nicht aus dem Wrack raus. Und mit der Leiter von der Insel funktioniert, glaube ich, nicht so. Okay, aber tote Bäume. Können wir die Leiter... ...an einen Baum stellen? Und jetzt einen Ast abbrechen? Nein, können wir nicht. Nein, wir können nicht. Tja. Nein. Ich versuch pesos emergency. Ich versuch's. Dann doch hier irgendwo. Aber Irgendwas übersehe ich hier. So, der Weg ist noch nicht aktivierend. Okay, da fehlen halt Runensteine, ja? Hab ich verstanden. Oder doch hier irgendwo. Können wir hier die Leiter noch irgendwo hinpacken? Nein, ich glaube, wir brauchen einfach Licht für das fucking Wandgemälde. Noch jemand eine Idee? Sonst nehme ich wirklich gleich einen Tipp. Weil, also, wir übersehen halt garantiert irgendwo was. Kann ich hier die Leiter hinstellen? Nee. Kann ich... Nee. Nee, das geht alles nicht. Die Statue braucht auch keine Leiter. Okay, ist das immer noch die Statue? Haben wir noch eine Statue auf der anderen Seite? Nee. Nee. Das hilft mir halt alles nicht weiter. Das hilft mir halt alles nicht weiter. Ich nehme mal einen Tipp. Okay, wir müssen zurückgehen. Fantastisch. Hier. Ich hab die ganze Zeit falsch gedacht. Es ist so logisch. Es ist so logisch. Wir nehmen einfach den Silberteller, tun ihn hier hin und haben Licht. Der Mann hält eine Speer in seinen Händen. Ja, und? Das ist jetzt alles. Okay, wir müssen nochmal gucken. Okay, er hält auf jeden Fall den Speer. Dann müssen wir nur gucken, wie er den anderen Arm hält. Ja, wobei. Eigentlich können wir das durchprobieren. So. Natürlich. Natürlich. Fuck, auf die Idee mit dem Silberteller hätte ich halt echt kommen können. Dang it. Sein wahrer Fluch ist der Synchronsprecher. Der Existence was not always so bleak. Once, I had a loving family, including my younger siblings, Zarina and Cyrus. But something changed them. I first noticed this when they refused to visit our father in his final hours. After he died, I was just too busy learning to be king. I didn't see what they had become until it was too late. But don't let me waste your time reliving the past. If my faithful servant needs his amulet, please find it and give it to him. Okay. Schön, dass du uns an deiner spannenden Familiengeschichte hast teilhaben lassen. Ich nehme hier mal diese Runensteine. Bitte danke. Und dann wimmeln wir nochmal. Eine Knochenflöte. Fünf Juwelen. Das sind schon mal drei. Wie viel? Fünf. Hufe, Eisen, Sandale. Elefant, Zepter, Spiegel. Kamm, König, Kerze. Hier ist der Elefant. Hier ist der König. Hier ist der Kamm. Hier ist die Kerze. Das ist das Zepter. Das könnte der Spiegel sein. Hier ist das Hufeisen. Hier ist die Sandale. Dann müssen wir irgendwas mit irgendeinem Amulett... Was ist das hier? Die Haut des Frosches ist giftig. Dann nehmen wir doch diesen Pfeil. Reiben den Sexy an den Frosch lang. Und hiermit schneiden wir was durch. Den Frosch. Nicht. Okay. Also ja, wir müssen hier irgendwo das Amulett herkriegen. Aber was schneide ich denn damit? das ist. Ähm. Ach da. In den Stoff. Gut, Amulett gefunden, dann, nein, zurück, zurück, zurück. Ah, okay. Verstehe. Wir geben erstmal das Amulett ab, bevor wir jetzt weiter latschen. Hi. Was sind jetzt die Dolche? Ich trau dem Typen nicht. Neues Ziel, lade den Feuerdolch auf, lade den Eisdolch auf. Wir müssen erstmal die Dolche kriegen. Aber okay. Die Flammen versperren mir den Weg. Wie kann ich sie löschen? Mit Hilfe der Flammen hier könnte ich etwas anzünden. Ja, eine Fackel zum Beispiel. Müssen wir uns jetzt jedes Mal diese Animation angucken. Und warum dreht ihr dieses Tipp-Ding eigentlich die ganze Zeit durch? Kann ich das bitte nicht machen? Ah, Leiter. Okay. Ich muss das Eis schmelzen. Ja, okay. Kann das Ding bitte aufhören, Alarm zu machen? Das nervt ein bisschen. Ah, fantastisch. Ich habe so eine Idee. Nicht. Okay. Wäre da sein können, dass es jetzt funktioniert. Können wir oben noch hinklicken? Nein. Ach, hätte ich doch früher bemerkt, dass meine Geschwister gegen mich waren. Ja, kannst du ja am Eis lecken. In zehn Jahren sind wir dann fertig. Ich weiß nicht. Alter. Dieses Tipp-Ding möchte mir jetzt auch schon ganz dringend sagen, dass ich es einsetzen soll, oder? Das hat doch vorher nicht so einen Rabatz gemacht. Ich starte mir eben das Spiel neu. Das geht mir total auf den Sack. Also nicht das ganze Spiel, aber wir machen das mal so. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht auch nicht. Okay. Oh, nicht Farm-Together-Wand. Nein. Ah! Chlorreich, so. Secret Order, bitte. Ja, schade. Hat einen Scheiß gebracht. Okay, dann müssen wir jetzt wohl damit leben, dass das halt ständig aufploppt. Ragequid wegen Tipp? Ne, nicht Ragequid. Ich dachte eigentlich nur, ich kann es mit dem Spiel-Neustart vielleicht fixen. Aber... Ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Und... Untertitelung des ZDF für funk, 2017